Es geht los. Moin Leute und willkommen zu einer neuen Runde Bobash. Heute hat Lukas mit dabei. Herzlich willkommen. Und ich würde sagen, wir sehen uns gleich direkt in der ersten Runde. Komm, komm Alter. Bester Mann. Bester Mann, oder? So, dann werden wir in der ersten Runde. Ich? Nein. Doch. Ist der da? Nein. Mann, Lukas, ping die weg. Ja, ja, bin dabei. Nein, DPI. Leicht zu hoch. Ich bin voll nice, dass mir nur grün aus der Reis rauskommt. Ja, ne? Egal, können wir erstmal grün machen, dann den Rest. Ja, wir steuern das jetzt nicht. Stockfisch LP, da sagt mir was. Ich glaube, der ist sogar VIP oder so. Ah ne, Nebel Backfisch. Komischen Daumen. Okay, geil, das ist dann Penne. Und dann baut die Blöcke mit der Hand ab. Ja, läuft. Oh, blau. Bewegt sich auch. Echt? Ja, ja. Hm, nice. Spawnschrubst du die direkt, oder was? Ja. Also, ich versuch's. Ja, mit deinem Ping, Lukas. Ist das kein Ping? Ja, ja. Ist wirklich kein Ping. Ja, aber was dann? Ich hab keine Ahnung. Skill. Hust. Hab ich nicht. Dann doch eher Ping. Oh Mann, grün ist schon raus. Ah, in Ordnung. Jo, mein Aim läuft auf jeden Fall. Richtig on top. Ich geh mal zu Gelb, ne? Äh. Gelb hab ich nicht. Was ist denn hier bei Gelb? Ja. Ich bin Profi. Nee, ich geh zu Blau. Glaube ich kaum. Ja. Nice. In der Perle verworfen. Ja, wieso? Ich find bei dem Resource Pack sehen einfach die gelben Blöcke richtig nice aus. Ha! Gestealt. Wiese Madel. Übertreib heute rein. Heißt, Blau schon raus? Ja. Hab ja gesagt. Och Mann. Schon wieder so ne kurze Runde. Ja. Nur mal mehr dran hängen. Mein Kill. Mein Kill. Nein. Na, er hat eh nur noch drei Leben. Ja gut. Das war jetzt ein wenig zu spät. Und. Oh Junge, du. Meine Endepelle hätte sogar getroffen. Ja, hätte sie. Ja genau, und deswegen. Ja, weil ich das eine Mal noch runtergefallen bin am Ende. Dein Ernst. Ich hatte 16, 16, 1. Ah. Ne. Zieh ich nicht an. Aber schade. Ja. Hey, it's good. Pum GG. Ja, Leute. Das Video ist hier leider schon vorbei. Weil. Ja. Ich dachte mir, ich war mal nicht ein allzu langes Video. Und ich hab jetzt unter das Video einfach mal keine Musik gelegt. Aus dem Grund, dass Lukas halt relativ leise war. Ich hoffe trotzdem, es hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like da, wenn ihr mehr mit Lukas und mir zusammen sehen wollt. Und ja, würde mich halt mega freuen. Ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Und bis dahin. Tschau. 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Bruh.